Willkommen zurück, Kommander. Die Kamera ist noch nicht rum. Ja, damit du ja nicht klaust. Die sowjetischen Angriffe haben sich schon verzählfacht. Wir haben einfach nicht genug Truppen, um Stalins Armeen an jeder Front zu bekämpfen. Ja, ich hoffe, das stört jetzt nicht zu sehr. Das war gute Arbeit, wie sie Einstein für uns befreit haben. Jetzt zählen wir erneut auf sie. Ja, natürlich. Die Roten haben einen der Gebirgspässe gesperrt, die wir als Nachschubroute benutzen. Ein Konvoi von der 434. soll da in ein paar Stunden durchkommen. Und die Rohstoffe, die er transportiert, sind in dieser Gefechtszone unersetzlich. Nikos, was haben wir in dieser G-Zone, was wir einsetzen können? Nicht viel. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Ja, passt. Sie werden damit auskommen müssen. Ja, aber immer doch. Ohne das Material können wir bald keine neuen Kampfroboter mehr bauen. Also räumen Sie den Pass frei. Los jetzt. Mach' mal. Mach' mal. Kein Problem, gerne. Dann sind wir mal am Start. Oh, was? Echt? Echt? Und da noch trotzdem mit Zeit? Ach, groben. Ach, groben. Ich bin froh, ich bin jetzt gerade da dran, mir einen Schreibtisch zu organisieren. Ich werde mir wahrscheinlich aber selber einen bauen, damit ich endlich nicht mehr die Probleme mit der Hand habe, mit der Maus habe und nicht mehr in meinem Rennsitz hier rumhocken muss. Sofort. Ähm, deswegen baue ich mir dann jetzt ein. Und dann wird es auch um einiges einfacher mit dem Sprung. Halte mich wie bevor. In Ordnung. Ja, ich mache jetzt nichts Großartiges, ne? Eine Platte, Füße, hinten Querverstrebung rein, fertig. Na, dann Löcher bohren für in die Platte, direkt, dass die Kabel schön geführt sind, hinten drunter dann Kabelkanal rein machen und so. Das ist kein Problem, das kriege ich schon hin. Das Problem ist, ich habe hier nicht wirklich viel, ey. Ich habe hier nicht wirklich viel Platz. Ich muss, ähm, mit einem Meter Länge, oder knapp über einem Meter Länge auskommen. Beim, ähm, sag mal, wieso wollen die mir denn noch schicken? Ein Meter ist definitiv nicht viel, nein, auf gar keinen Fall. Das ist gar nichts. Ähm, ich habe jetzt hier schon zwei Monika draufstehen. Ein 27 Zoll, ein 24 Zoll. Das ist schon hart genug, wirklich. Ja, fetzig, das ist ja so. Können wir noch mehr bauen? Bunker, braucht keiner. Angriff ist die beste. Ja, irgendwann zeige ich mal bestimmt hier, äh, wie mein wunderschöner Bereich aussieht. Und, ja, es ist nicht viel. Wie gesagt, immer noch nicht wundern, dass ich die ganze Zeit an der Nase dran bin und kein Kokser oder sonst was. Ähm, immer noch die Scheiß-Tollen unterwegs, die mir vollends auf die Nüsse gehen. Ja, ich hab echt keine Ahnung mehr, ne? Ich hab wirklich, mach auf, keine Ahnung mehr. Gar kein Plan, was, wie, wohin, was machen. Ich denke mal, ein paar Rugbosses werden wahrscheinlich auch sinnvoll, oder? Erwartet ihre Befehle, in Ordnung, ja, Sir, in Ordnung, in Ordnung. Erwartet ihre Befehle, sehr gern. Schaden die, Jungs. Nee, nee, Rugbots sind immer, Rugbots sind immer gut. Was ist los hier? Einheit verloren. Will ich, will ich gar nicht hören. Ja, Sir, sofort. Einheit verboten, äh, nee, verloren gibt es nicht. Ist verboten worden. Ja, sehr gern. Stalin und Lenin haben gesagt, dass es nicht drin ist. Verstärkungen sind immer gut. Wie den Hund. Ey, noch mehr Verstärkungen. Aber was ist denn los mit euch? In Ordnung. Melde mich, die Befohle. Einheit bereit. Die erzählen hier einem, die haben nicht viel, ja? Dann schicken wir den Heilbereich, oder was? In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir, in Ordnung. Oh, Einheit verloren. Ja, Sir, in Ordnung. Ja, Sir, in Ordnung. Ja, Sir, in Ordnung. Kommt mal hier oben auch rein. Ach, das ist doch cool. Kommt mal hier gleich ruhig, hör mal. Kommt mal alle mit. Kommt mal alle mit. Was heißt eigentlich Rack Zero? Rakete nur. Ja. Ja. Ey, ist sowieso so. Die Übersetzung sind so geil, ne? So geil die Übersetzung. Sehr gut. Ja, Sir, in Ordnung. Scheiße, auf Panzer Spam. Wir machen Machine Gun Spam, ne? Oh, da, nein, 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 nein. Oh, der killt er gar nicht. Was ist los? Haben die da unten noch eine Kaserne schritten, oder was? Das ist ja auch so. Lasst euch nicht überfahren. Jetzt könnt ihr gerne die Chat-Points benutzen, um, dass ich meine Einheiten killen soll. Jetzt mach ich's gerne. Kein Problem, aber. Was ist los? Erwarte ihre Befehle in Ordnung. Sehr gern. Wird gebaut. Jawohl. So, gehen wir mal hier oben noch ein bisschen jagen. Was ist hier los, ne? Konstruktion abgeschlossen. Ja, ich gehe, ich gehe mir vor. In Ordnung. Haben wir noch was? Jawohl. Wo ist denn noch was? Da kommen ein paar Hammer. In Ordnung. In Ordnung. Für mich ist ja der Weg frei, ne? Meldet mich wie befohlen. In Ordnung. Meldet mich in Ordnung. Meldet mich nähert sich. Konstruktion abgeschlossen. Na. In Ordnung. Gebt hier noch irgendwas? In Ordnung. Da ist der Konvoi. Ey. Ich dachte, der Konvoi kommt dann irgendwann. Schieß mich vor. Was ist los? Sehr gern. Wo will denn dahin der Konvoi? Ja, Sir. Jawohl. Erwarte ihre Befehle. Bestätigt. Jawohl. Ich habe alles gekriegt. In Ordnung. Ich denke schon, ne? Sieht frei aus. Die Map sieht frei aus. Das ist gut. Verstärkungen sind eingetroffen. Nochmal Verstärkung. Ey. Ich dachte, die haben keine Einheiten. In Ordnung. Haben die nicht erzählt, die haben keine Einheiten? Junge, Junge, Junge. Ja, fang. Kaputt. Schee kaputt. 20% nur Effizienz. Na leck. Ich war super ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020